Hallihallo und herzlich willkommen zu einem Ankündigungsvideo und zwar werde ich von dem 2.6. an für höchstwahrscheinlich ungefähr eine Woche keine Videos hochladen können, weil ich umziehe in diesem Zeitraum. Und ich wollte einfach mal Bescheid sagen, nicht dass ihr euch wundert und ich werde auch voraussichtlich, ich weiß nicht ganz, ob das alles hinhaut, aber ich werde versuchen schon mal 5 Videos Terraria bis Part 20 noch hochzuladen zusätzlich, um für die vorderen Tage zu kompensieren. Wenn es alles super läuft, dann bin ich auch schon wieder am Freitag da, aber man wird sehen. Die 5 Videos gibt es auf jeden Fall dann und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sonst noch hier sagen könnte. Danke fürs Zuhören und für euer Verständnis. Wir hören uns irgendwann später. Tschö tschö.